imovie und imovie ist auf allen mac geräten standardmäßig installiert und also komplett kostenlos somit eigentlich für anfänger optimal anfänger können so ihre videos professionell bearbeiten und das beste an imovie ist überzeugt durch eine strukturierte und klare oberfläche und in diesem video wollte ich euch zeigen wie ein bisschen die videos schneiden könnt und musik einfügen könnt und wenn ihr imovie das erste mal öffnet sich das so wie ich jetzt in diesem monitor sehen und habe dieses große fette plus worauf steht neues projekt und dann klickt ihr einmal auf das plus und dann sucht ihr film aus damit ihr eure filme bearbeiten könnt drückt ihr auf film und dann habt ihr die benutzer oberfläche liegt bei medien import oder hier öffnet sich ein neues fensterchen und dann könnt ihr euer video aussuchen was ihr haben wollt oder mehrere videos einfügen dann drückt ihr auf ein video was ihr wollt oder auf die mehrere videos die ihr wollt und macht dann auswahl importieren wir machen jetzt ein video rein und wenn ihr das video anklickt habt ihr das einmal komplett gelb umrandet ihr könnt das video entweder hier dann so kürzen schon mal und das einfügen über das plus den ausgewählten bereich oder halt das ganze video wie wir das jetzt machen werden einmal einfügen wenn ihr auf das plus dann hier unten drauf drückt dann springt das hier unten in die timeline rein die timeline ihr könnt die bilder jetzt könnt jetzt halt sehr grob bearbeiten ihr könnt es auch feiner machen indem ich hier bei diesem rädchen die timeline auseinander zieht dann habt ihr mehr bilder somit könnt ihr feiner schneiden wir machen das jetzt einmal ein bisschen kürzer um halt jetzt einmal groben schnitt rein zu machen machen zwei drei grobe schnitts rein das macht ihr in dem ihr habt jetzt diesen einen walten hier sucht ihr euch den punkt aus den ihr schneiden wollt drückt einmal drauf wir können das dann habt ihr das geld markiert hier dann könnt ihr das über die rechte maustaste machen clip teilen oder command b halt drücken drücken auf clip teilen dann haben wir hier einmal ein schnitt dann machen wir einmal hier nochmal ein schnitt wieder dasselbe clip teilen sondern könnte diese bild teile jetzt habt diese drei könnt ihr beliebig hin und her verschieben wie ihr wollt schoben habt wie ihr es haben möchtet könnt ihr die bildteile einzelne anklicken dann hier oben drüber die farben bearbeiten die verwackelung stabilisieren dann wird das bild ein bisschen herangesucht und versucht das verwackelte wenn ihr mit der kamera ein bisschen rauszuheben dann könnt ihr die schnelligkeit hier oben einstellen wie das tempo sein sollen langsam schnell ob ihr ein standbild rein hauen wollt und hat alles mögliche hier oben darüber einstellen das geht halt ganz ganz einfach und wenn ihr noch mal dann ein audio hinzufügen wollt du dich auf audio bei mir sind jetzt 23 titel importiert nimmt hier den titel und fügt zieht ihn runter und hier unten dann in die timeline wo der notenschlüssel ist zieht jetzt einmal rein macht man anfang und dann könnt ihr den ist ja auch geld markiert wenn ich hier hinten ganz hinten anpackt könnt ihr das kleiner ziehen bis auf den moment wo euer video jetzt halt seine das ende hat da habt ihr einmal das komplett jetzt so und wenn ihr ein teil irgendwie jetzt raus raus löschen wollt dann markiert ihr das macht noch mal teil noch mal markiert also mit linke maustaste klicken und löschen oder ihr könnt halt auch ganz einfach wenn ihr es geteilt habt damit das geld ist markieren und auf die löschen taste drücken und der teil ist dann raus und wenn wir das jetzt so dann haben könnt ihr am anfang gehen auf play drücken und dann habt ihr das video eigentlich quasi fertig wie ihr das geschnitten haben wollt mit der musik und das ist so ein grober anfang für jeden um ein video bei i movie zu schneiden um kleine musik hinzuzufügen damit es halbwegs gut aussieht ich danke euch fürs zuschauen ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und bis